Ich bin bei Premieren aufgeregt. Ja, wenn ich den Film noch nicht gesehen habe, weil ich nicht weiß, was daraus geworden ist. Wenn ich selber Regie gemacht habe, sterbe ich. Comedy auf jeden Fall. Von Krimis, ich weiß es nicht. Dustin Hoffman, Steven Spielberg, Emil Kosturetza, Markus Mumford, einer der größten Musiker, Edith Piaf. Ich langeweile mich leider ganz, ganz schnell. Was macht mich fertig? Bahnfahren macht mich so fertig. Mein größtes Glück. Leider habe ich mir im Leben viel zu viel Geld ausgegeben für Quatsch. Kein Quatsch für mich ist immer. Wenn es Sinn macht, wenn man voll dabei ist, wenn es etwas ist, was mich weiterbringt, was mich erfüllt. Wobei, in den Momenten erfüllen auch Klamotten und Kuchen. Kinder mag ich nur, wenn die mir nicht gehören. Stadt oder Land? Ich glaube gerade, Stadt Hamburg oder München oder Berlin. In Berlin kann man schon sehr gut essen. Film oder Foto? Film. Können wir dir irgendwie helfen, wie du hier wegkommst? Film. Film.